Ja, ja. Aber wenn man es zuerst auf dem Trockenen mit einem Stein probieren... Ja, wir probieren es einfach mal so. Nein, nein, nur mit einem kleinen Stein. Die Asche und das Ganze gibt natürlich schon sauerweise. Nein, oder? Teddy, tust du dich klären, da? Ah. Bist du fertig? Ja, schwebt es auf allen vier Seiten immer noch. Ja. Gut, darum mache ich jetzt das recht. Hey, dein Bein wird voll, dann hast du nicht... Nein, das wird jetzt ausprobiert. Ich meine noch, wenn sie das hier oben landen müssen, dann hast du dich... Hey! So, jetzt? Ja. Ja, ich muss da noch etwas korrigieren, da ist etwas... Hau den Lu... Hau den Aschenlu... 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 Fünf Franken Einsatz könnt ihr dann auf dem Lukashout... Jetzt wissen wir auf welcher Seite das er geht... So, jetzt müsst ihr aber aufpassen... Ja, mit Stein... Der kommt! Der kommt einfach vor oben, er fliegt nicht... In die Augen fliegt er nicht alleine... Nein... Also schon... Wie sagt ihr, wenn meine Weide von betroffen ist? Ja, aber... Also der Aschenbecher wird dann auch nachgefliegen, ja? Also komm jetzt... Und beim Landen... Hör den Zug Schnurren! Ausführung Marsch! Die werden sich sammeln... Die Augen... Vor allem die Augen schützen... Und Maschenlu... Als wir mit... Gott, bei uns... Host crec es... Aus... Und dann sind��요... Und das abgekommen ist... авать die Leute flushление hier ist... Aber da hast du mich doch Statesen...